Jo Leute, was geht noch heute mal wieder? Rikmar Stad, hallo Leute! Willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Heute mal was ganz Interessantes und zwar ich habe zu einem Zeitpunkt, wollte ich aufnehmen, mein Mikrofon ging aber nicht und schaut Leute, es war so verbuggt. Ja Leute, schaut, jetzt sind wir auch in den Shop reingegangen und schaut Leute, wie das aussah. Also richtig krass und da seht ihr eh, da ist etwas gratis und das ist natürlich das tägliche Geschenk. Das habe ich mir dort auch abgeholt und es war einfach ein XP-Verdoppler und schaut, wie das aussieht. Leute, das ist so komisch. Ja Leute, das ist einfach so richtig verbuggt und ich bin sogar noch in den Katalog da reingegangen und schaut, wie Hypercharge aussieht. also richtig komisch. Leute. Also so komisch. Hier habe ich ausversehen auf einen Dr. Edgar geklärt. Leute, das zeige ich euch ja normalerweise nicht und da bin ich einfach noch in einer Runde mit ihm gegangen, der Griff und schaut, mein Feld ist so komplett schwarz und schaut, was sollen das für komische Zeichen? Man erkennt auf jeden Fall überhaupt nichts. Schaut, wie die Gegner, wie dieser gegnerische Spike aussieht. Oha, Leute. Wie komisch. Und da bin ich auch schon wieder gestorben. Ich check's echt nicht. Aber schaut, wie das aussieht. Schaut richtig komisch aus. Leute, das gibt es doch nicht. Und dann habe ich noch eine Runde mit Edgar gespielt. Schaut, wie sich seine Hypercharge so komisch blinkt. Und ja, Leute, das ist so komisch. Ja, Leute, da ist halt Schaut, wie komisch das aussieht. Es war irgendwie alles schwarz. Und ich finde, die Gegner waren auch richtig stark. Oder ich war zu dem Zeitpunkt auch einfach richtig schlecht. Aber Leute, wirklich. Das ist zu krass. Das ist zu krass. Oh mein Gott. Ja, Leute, da habe ich einen Surge gekillt. Und da hatte ich sogar meine Ulti. Und schaut, wie komisch das geblinkt hat. Oha, Leute. Ja, da bin ich noch mal draufgegangen. Aber ist ja halb zu wild, weil diesen Bug... Ja, Leute, ich bin noch mal drüber geswitcht zum Teil vom Shop. Weil, Leute, ich mag noch mal in den Katalog schauen. Weil schaut, Leute, wie komisch das hier aussieht. Griff. Also, die Skins waren ganz normal und Hyperchart-Skins und so. Aber, Leute... Habt ihr das jemals schon erlebt? Und hier nochmal der Teil mit Edgar. Schaut, wie komisch. Leute, man kann sich das einfach gar nicht vorstellen, irgendwie. Aber es war halt wirklich für diese kurze Zeit in Brawl Stars. Leute, schreibt mal in die Kommentare, ob ihr auch genau dann online wart, als das passiert ist. Weil schaut, Leute, schaut, wie das aussieht. Und schaut, wie man Skins aussieht. Die sieht man gar nicht. Und Hyperchart und so. Oha. Aber, Leute, ich würde auch sagen, das war es gewesen mit dem heutigen Brawl Stars-Phänomen, würde ich sagen. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like, ein Abro und Ciao.